Ich hab's die da auch nicht. Irgendwie ist das ein bisschen langweilig, wie auch immer der Traitor heißt, du bist schwach. Du bist ein Weichei. Ja komm, wer ich Traitor, werden schon alle Fallen hier aufgelöst. Das stimmt. Marcel, wir hätten dir schon alle weggesenzt. Ja, wir... Ja, das stimmt. Warum willst du hier badly runnest? Hä? Wo ist eigentlich Feierloob, hab ich noch gar nicht gesehen. Nicht hier rein. Nein. Ich will hier aber rein. Ey, dann liegt jemand tot. Ey, ich bin drin, hallo. Ey, das wäre nicht unfair. Ah, okay. Ey, wir... Ah, joh. Ich will mich da hinsetzen. Ich glaub dieser Born to Drive ist hier. Ja, das war schon badly runnest. Ja, deswegen ja. Und ich hab... Firenoob liegt da hinten, deswegen. Nee, nee. Oder war der Firenoob? Warte, welcher? Welcher war der tote Firenoob-Typ? Firenoob ist der tote. Weil Erik ist einen umgebracht, das weiß ich noch. Erik? Ja. Was? Ups. Oh nein. Ja! Loll. Aua. Das ist einfach durchgedreht. Ich wusste, dass er das ist, Mann. Erik! Nein! Ohohohohoho. Sofort. Nein. Weißt du, ich schreie im Atem über. Erik! Und es passiert einfach mal gar nichts. Oh, scheiß. Lukas und ich wieder überlebt haben. Die Runde war so gut, Alter. Ey, wurde in die Luft gejagt. Die Runde war so gut. Das geilste Erik, das geilste Erik kommt so an. Er schießt mir zwei Schüsse, ich dreh mich um. Headshot, warm weg. Ja, what? Ja. Alter, ich hab dich sagen, weil der Truck dann vollen Rücken geschossen. Ich stand was hinter dir und du bist nicht gestorben, Alter. Du wirst sterben müssen. Oh. Tut mir leid. Ja! Alter, ich hab dir vollen Rücken geschossen. Oh. Hallo. Hallo. Hallo! Mutsi. Hallo. Ich hab dich erst noch einmal zum Anfang gekillt hab, Alter. Na, ist Mutsi-Traiter? Da war ich leicht frustriert. Warum seid ihr so immer ruhig? Alter, der macht mir schon wieder Angst, ne? Ich bin innocent. Seit der Runde, seit der Runde eben habe ich gerade so einen Hass, ne? Das ist dir klar. Äh, was ist das? Ich bin, ich war Traitor, hallo. Hier. Ah, hier ist dieser. Boah, hallo. Noji! Alter, die Falle ist ausgelöst worden. Fire Noob ist glaube ich, ja. Stirb Fire Noob. Okay, Fire Noob ist tot. Ah, es kommt auch noch Eric! Ey, Null! Koste dich! Du schießt an mich! Koste dich! Du hast nicht zu schießen! Na, er war in der Scheiße. Nicht nur für das Karma. War der Fire Noob innocent? Fire Noob ist tot, er war innocent. Scheiße! Noji war auch innocent. Ich glaube, die beiden Trader leben noch, glaube ich. Also, ich bin bei Eric. Der guckt mir schon wieder so an, hier, da. Ja! Uuu, ist kalt, Mann! Ja! Oh 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 ja! Yeah! Was, ey, du bist so schlecht. Nee, ich hab dich grad getötet, tut mir leid. Watson. Yo, Matz! Lauf! Boah, das war doch mal easy going. Erich läuft doch so schön und dann, Pum, weg! Er fällt da, Rubschrauber-Kurken! Wolltest du Lucky Lucky machen, ne? Also, Tag, ich mach nicht mal mehr Kurken in Ruhe. Ja, Lukas ist leider gestorben. Ja, ist's nicht fair. Wegen Eric, Mensch, das war. Eieieiei! Verdammt, ich brauche Muni. Ist aber nix Muni. Munition! Nee, Amunition! Oh, Mann! Immer das Gleiche, ey! Immer das Gleiche, ey! Na! Äh, feiern du Baller drum! Beste? Wir spawnen ein Zombie, wenn man ne bestimmte Ball auslöst, ne? Dann, äh, löst mal aus! Ja, kann ich leider nicht! Löst mal aus, komm, ich schieße die auch nicht ab dafür! Äh, warte mal! Ich kann, ich kann nicht! Hier ist dann, äh, Traitor-Raum und da, ich ändert dann, wer kann ich dann hier? Na ja, alle in Traitor-Raum gehen! Hallo, was macht ihr hier unten drin? Das ist gar nicht cool! Das ist auch nix! Äh, ich komm nicht aufs Dach rauf! Äh, scheiße! Äh, nein! Eric, bitte lass mich in Ruhe! Ich traue dir nicht! Geh weg, du mich! Ich lass dich in Ruhe! Hallo, Tee! Sonst bleib einfach nicht den Rücken drin zudrehen, sonst komm ich nämlich von hinten, ja. Ich hab das Gefühl, Eric wird mich gleich töten! Oh, sowas von! Ich hab das Gefühl, Marcel wird mich gleich töten! Wann? Ich hab das Gefühl, Marcel wird mich gleich töten! Da hab ich auch so'n Gefühl! Hiiii! Oder Nussi! Jaaa! Ich glaub, Marcel hat Eric getötet! Oh, komm, schon, mach die Sachsenlampen aus! Das ist voll cool hier drin! Wenn's so dunkel ist! Und dann mach die scheiß Taschenlampen an! Sobald hier der Zombie spawnt, seid ihr alle tot! Yay! Ich mag sterben! So, wahrscheinlich spawnt ihr hier gleich! Alter! Ähm! Loll! Marcel! Was? Was los? Irgendwie ist der Raum hier zu! Dammel! Wann? 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 Der andere ist auch du! Alter! Wer ist noch hier in der... Autsch! Was soll das? Mann! Ich seh nichts! Was geht hier ab? Ich seh nichts! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Zombies aus Shit, Mann! Wann? 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 Marcel! Aufballern! Okay! Alter! Das geht gar nicht! Hab ich euch gesagt, das war ein Zombie! Oh, wie schön! So, jetzt soll ich hier wieder raus! Alter, der hebt doch so Hass, ne? Ja! Ich hab uns halt so einen Hass! Weißt du, ne? Alter, du laufst die ganze Zeit hinter dem her und dann gehst du da in den Raum und du bist abgeschossen und denkst so, ja, Lukas ist ja auch dabei! Der hilft dir! Der steht daneben! Der steht da einfach! Der guckt sich das an! Der wird sterben! Oh, fuck! Ich muss nachhören! Wo ist der? Jo, schon wieder! Alter, was? Das ist der Dream Team hier! Ja, Mann! Wuuu! Niklas, Erik, wir müssen irgendwie nochmal wieder Tee werden! Ja, wir müssen Marcel töten! Wir müssen Marcel töten! Wir müssen Marcel töten! Ja, ich kenne den jetzt RDM, Alter! Der mit seinen scheinen Tratterplatten! Ah, nun war ich so geil mit Mats oder das? Wuuu! Schnell recht! Bist du wie immer! Ja, na klar! Deswegen gewinne ich auch immer die Tratterrunten, ne? Ja, wohl schlecht das! Ja, na klar! Ja, das gleicht sich alles aus! Also kein Problem, ja! 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 Ist doch nicht so, dass sie fast alle gekillt haben! Nee, nee! Ohne mich hättest du ihn nicht geschafft, nee! Ja! Nee, das stimmt! Boah! Ich brauch dich um zu gewinnen! Altaaa! Mats! Geh jetzt weg! Sooo! Nein, ich kill dich nicht! Das will ich nicht tun! Mach ich wirklich nicht chill! Nö! Ich glaub nicht, dass man seit dieser Runde der Schalker ist! Aber nächste Runde! Nächste Runde meinst du? Nächste Runde töten wir ihn! Okay? So wie viel Prozent bist du dir da sicher? Ja! Wie lange machen wir jetzt eigentlich die Folge? Wir machen auch diese Runde und dann würde ich sagen, machen wir diese Folge Schluss! Okay! Ja! Ist ein Arten! Dann... Und okay! Aber noch mehr weiterzocken, okay? Hä? Na klar! Okay! Kommt die nächste Aufnahme, Digga! Wir müssen schon vorsorgen, hallo? Alter, Feiernub verfolgt mich, ne? Au! Verstehst du Lukas? Feiernub, überleg dir was du tust! Ein bisschen vorsorgen, wir brauchen viele Weile, Mann! Ich bin doch nicht der Trav-Tester hier! Lukas! Jaa, wo bist du? Jaa, wenn du bist, können wir ruhig sein, aber wenn du nicht bist, dann... Ey! Die Polizeikarre hab ich! Ich hab die Polizeikarre hier! Die hab ich zuhause stehen irgendwo! Ich hab das Traitor, ich hab das Traitor, ich hab das Traitor! Alter, verfolgt mich die ganze Zeit, was soll denn das? Fahr jetzt! Mie! Oh, schade! Schöne! Schöne doch mal dein Leben! Schöne doch mal dein Leben! Ah, ich... ich hol wieder Pizza! Ich geh mal nach Hause mit meiner Pizza! Ja, Bounty Drive ist glaub ich ähm Traitor! Jetzt ist Erik auch noch da! Alter! Bounty Drive ist glaub ich Traitor! Das geht mit dem ab, Alter! Das geht mit dem ab, Alter! Also bis jetzt... ist alles ruhig! Ja! Noch, ja! Lordeisen kommt jetzt auch an! Wie so ein Hähnchen! Alter! Hinter mir ist einer! Wie viele Runden machen wir noch auf der Map? Beziehungsweise, wisst ihr es? 3-mal, glaub ich! Aber wir machen nach dieser Runde Schluss, weil es dann viel zu lang wird, glaub ich dann! Ah ne, die Map... hört es in 3 Runden auf! Oh! Ich weiß! Ja, ich kann nicht lesen! So! Bounty Drive ist hier wieder! Andoji! Hallo Marcel, irgendwie... Ist der Labyrinth? Bist du? Alles in den Tod bis auf... Ah, ok, da ist noch Fire Noob! Ja! Alles in den Tod! Äh... Fire Noob wirft mit Granaten! Ja, waren doch viele reden von uns! Deswegen glaub ich nicht, dass alle tot sind! Ja! Alter, die Traitor haben keinen Bock, glaub ich! Nee, haben sie auch, ne? Wir wissen nicht, wie das Spiel funktioniert, ja? Sie denken, sie wären innocent! Juki! 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 Ah, hier drüben! Ballet niemand drum! Ballet niemand drum! Da musst du euch gleich hören! Yo! Ich hab's gewusst als Erste! Ich hab's! Was ist? What happened? Ich bin da mal... Ich bin da mal kurz weg, ne? Was? Was denn? Ich glaub, er wurde von Born to Drive gekillt. Born to Drive? Alter! Oh, Ice him! Oh, Ice him! Alter! So, Lodicham! Boah! What the fuck, was geht da unten ab? Jetzt hab ich Angst! Oh, fuck! Gleich zwei Traitor auf einmal, oder was? Wollt ihr mich verhassen? Ah! Ich muss da laden! Scheiß, Knarre! Scheiße! Oh! Ich glaubte, Drecksknarre, Alter! Ja! War dieser andere Typ der Born Traitor? Ey, das war okay! Matzo, war... War der... Ja, okay, das geht! War der... War der... Ciao! Tschüss! Ciao!